So, Leute, da sind wir wieder. Meine Festplatte war vorher jetzt nicht auf die andere auf. In der Zwischenzeit ist nichts passiert. Das waren nur zwei Sekunden. Glaube ich. Also wenn sich an dem Stand hier nichts verändert hat, dann ist alles gut. So, ähm... Gut, äh, Strip Mining geht weiter. Hier läuft 4000. Yay, spannend. Also, ihr könnt euch folgend vorsprulen. Hey, ich bin hier jetzt in so einem... Was für ein Diorit? Diorit vorkommen. Cool. Und Tobi ist immer noch gemutet. Diorit, sag ich mal. Nein, Tobi ist nicht gemutet. Ich höre seine Tastatur. Der ist nicht mehr gemutet. Jetzt hat er sich wieder gemutet. Tobi, kommen Sie zu mir. Nein, das bin ich nicht. Die volle Stimme hören. Wie heißt das nochmal? Mann, jetzt ist dann... Was? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ach so, Flo, ne? Ich bin übrigens die ganze Zeit nicht muted gewesen. Was? Nein, einmal kurz nicht. Als ich das gesagt hab. Äh, Torben, bei voller Rüstung machen Zombies nur ein halbes Herz Schaden, aber egal. Äh, wann hab ich das denn gesagt? Vorhin irgendwann. Du hast gesagt, der hat mir 4,5 Herzen abgelöst. Äh, ja, hat der auch. Der hat mich zweimal geschlagen. Da sagtest du nur noch ein halbes Herz ab. Ja, oder dreimal. Ist mir scheißegal. Ja, und mir ziehen dir nur ein halbes Herz ab. Hä, kann nicht, Junge. Ja, ich hatte noch keine Schuhe. Dann zieh mal Schuhe aus. Ja, ohne Spaß. Das kann echt nicht sein. Das ist ein toller Eisenrüsten beim Torben. Ja, ja, ich hab den Tobi halt ein bisschen verarscht, ne? Die Schuhe waren da gerade im Ofen. Also, das Eisen für die Schuhe. Ach so. Genauso wie Flo im Ofen war. Ja. Alter, ich... Ich hab nicht in die Rüstung gepasst. Ich brauch echt nur noch ein paar Dias. Nur noch eine Dias-Stelle. Dann würde ich mich freuen. Ach, dir reichen die Dias nicht. Nein. Willst du dich direkt ausrüsten können? Ich will mich direkt full machen. Nein, Werkzeug noch nicht. Weil ich brauch ja erstmal was für den Zaubertisch und so noch. Ja, Zaubertisch, Spitzsacke, also Werkzeug, Eisenrüstung, Dias-Stück. Ja, Werkzeuge gehen ja nicht alle. Da brauch ich ein paar mehr Dias. Ja, guck. Ja, eigentlich bräuchte ich wirklich nicht mehr viele, damit ich Dias-Rüstung auch noch kriege. Ich bräuchte noch 5 Dias. Dann kriege ich eine volle Dias-Rüstung, Dias-Schwert, Enchantment-Table und Spitzsacke. Ja. Aber dann enchantest du erst die Rüstung, oder? Hey, was dachtest du denn? Ja, hätte ja sein können, dass du einer von der Sorte bist, die dir erst... ...voll down machen, bevor sie sie verzaubern. Ja, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich reparier die dann halt hinterher erst. Boah, weil du halt so viel hast, ja auch. Ja. Ich kann man... Boah, ist das Spaß. Das ist interessant, Strip-Mining, ne? Ja. Die ganzen Steine, die man da sieht. Die sehen alle gleich aus. Die sehen alle anders aus. So interessant. Immer... wenn ich's reichen könnte. Dann mal mit weißen Punkten, die ich schon gar nicht mehr mitnehme. Ich schon, wenn ich mich durchbuddeln muss. Ja, dann. So, ähm... Mann, ich finde keine Dias. Ich frag mich nur... Aber dann bin ich auf Höhe 9. Ey, sag mal, welche Höhe machst du da in Strip-Mining? Ja, 30. Nein, Tom, sag mal jetzt wirklich. Alter, glaubst du mir das nicht? Leute... Ich bin wieder da. Ihr könnt das hier in der Aufnahme sehen, ne? Ich mach 30. Äh, was denn? Ja, Strip-Mining. Auf 30 mach ich. Hier. Höhe? Ja, hab ich doch gesagt. Ne, lol. Jetzt bin ich auf Höhe 215. Wie hab ich denn das gemacht? Alter. Deswegen find ich keine Dias mehr. Aber das Gefühl, Torben, ist sehr lustig. Ja, ne? Nein, mein Spaß bin auf 30. Ho, ho, ho. Hä? Oh, ich hab wieder Dias. Yay. Als ich einen neuen Strip-Mining-Gang angefangen hab. Eins. Zwei. Drei, komm schon. Nein, nur drei. Mann, bitte. Ich hab wieder recht. Ja, ich brauch doch nur fünf, dann hab ich eine volle Dir-Rüstung, Schwert, Verzaubertisch und Spitzsacke. Also jetzt nur noch zwei. Bitte. Ich brauch das doch. Mann. Ich kann das echt nicht glauben. Du bist schon wieder gemutet. Alter, ohne Spaß, warte mal. Geht mir eine Sekunde. So. Dann wollen wir gar nicht mehr zurückkommen. Der ist unten bei Minecraft, äh, ne, bei Arma 4000 oder so. Alter. Äh, Flo, du sollst einmal runterkommen. Okay, einmal runter. In welchen Channel? In Arma 3.2. Okay, jetzt können wir jemanden lästern. Gut, äh, der ist ein Spast, der ist dumm, der hat noch keine Dias, oh, du auch nicht, ähm, ähm. Dafür hab ich mal Eisen als ihr beide zusammen. Nein, mittlerweile auch nicht mehr. Ich nehm jetzt schon gar nicht mehr mit. Hm. Oh, und jetzt nehm ich gerade Eisen mit. Oh, ist ein personal Zufall. Oh, das ist schon wieder ein Ender. Dafür hab ich mehr Enderperlen. Ja, das stimmt. Oh, und da kommen ja nicht nur fünf Zombies, das sind bestimmt. Guck, nicht in meine Richtung, Ender. Boah, jetzt hab ich echt schon... Zombiespawner oder sind die... Jetzt, jetzt hab ich echt... Tobi, du vermutest immer ein Spawner, das find ich so geil an dir. Alter, ist hier ein Spawner? Nein, das macht eigentlich eher Flo. Nein, du machst das genauso, immer. Das find ich lustig. Ich denke immer, Alter, hier könnte echt ein... Also, wenn du das sagst, Alter, hier könnte ein Spawner sein. Also, wenn du das sagst, denke ich, dass du gleich einen Spawner finden könntest, so. Aber dann sind da in Wirklichkeit nur zwei Zombies. Ne, das waren vier. Hi. Ach, da ist der Schwester wieder. Na, Torben, neue, Dias? Ne, leider nicht. Zehn schlecht. Ja, ich weiß, ist auch schlecht. Ich bin noch ein bisschen enttäuscht von mir gerade. Hä, Torben, lügt doch nicht. Ja, das soll erfahren, dass du zehn neue hast. Pst, 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 pst. Nein, Flo. Das sind Tobi alle abgeteilt. Warte, in zehn Minuten Schluss. Flo, ich hab jetzt echt wieder neue, ne? In zehn Minuten Schluss. Ja, ja. Ja, ehrlich. Nein, äh, warte... Vier. Hast recht. Das hat Tobi gesagt. Cool. Dann stimmt das. Was stimmt? Hä, ich wusste selber nicht, dass ich vorher vier hatte. Was? Ich hab nur mehr gesehen... Dass ich gesehen hab, dass ich mehr als zwei hatte und dann war ich zufrieden. Wann hattest du mehr als zwei? Ja, Dias, du Honk. Ja, wann denn? Vor einer halben Stunde, oder was? Ups, uah. Kann er bekommen, Tobi. Ne, der Tobi ist ein Idiot. Eisen! Äh, Tobi, was wolltest du nochmal für Redstone tauschen? Ich hab eben nicht zugehört. Ich hab jetzt ein bisschen viel. Hm, ich würd sagen, ein Redstone gegen ein Steak Eisen. Ist machbar. Ja? Okay. Ah, ne. Was wolltest du für Redstone tauschen? So. Für Redstone? Also ich geb dir ein Steak Eisen und du gibst mir ein einziges Redstone. Klingt gut, oder? Das klingt gut. Tobi, können wir auch tauschen? Nein, du bist scheiße, mit dir tauschen. Ey, hallo, bei mir brauchst du sogar anderthalb Steak Eisen tauschen. Ja, okay, das ist natürlich ein besseres Angebot, ne? Verdammt. Alter, Tobi, ich kann dich doch nicht als Kunden verlieren. Ja, dann musst du was dagegen machen. So, der Flo... Ich hab ja Gott sei Dank, ich glaube ich Slatshuli, mit dem ich bald verzaubern kann. Tobi, oder im Angebot zwei Redstone... Wo ist mein Fleisch? ...für fünf Steak Eisen. Das klingt verlockend, das muss ich so sagen. Was? Das verstehe ich gerade nicht. Das klingt verlockend. Nein, ich verstehe gerade nicht, was der Flo gesagt hat. Angebot zwei Redstone für fünf Steak Eisen. Oder ein Redstone für anderthalb Steak Eisen. Ey, warte, wie jetzt? Ich verstehe gerade nicht, was du willst. Torben, willst du den nicht nochmal aus dem Channel werden? Nein, ich werfe keinen mehr raus. Ihr seid alles meine Freunde. Torben, äh, Tobi, unser Beileid. Ne, mein Beileid. Ne, auf den Stripen an den Gang hab ich keinen Bock mehr. Stimmt, ich könnte mal einen neuen Gang machen. Der ist so erfolgslos. Wollt ihr so zu mir in die Gegend kommen, da gibt's alles, wohin ihr auch nochmal ziehen wollt. Ja, will ich. Ich bin wahrscheinlich nur 10.000 Blöcke von dir entfernt. Ich sag euch mal die Koordinaten. Du das mal. Minus 590 und minus 100, minus 200. Oha. Minus 200, minus 600 quasi. Oh, da bin ich nicht entfernt. Ich bin bei minus 340 und 221. Ja, das geht ja. Ja, das geht. Ja, ich bin halt bei minus 105 und... Das interessiert keinen. Minus 135, du bist uninteressant. Doch, doch, das interessiert alle. Und du, welcher Höfler auf 30? Äh, nee, ich muss scheiße. Deswegen find ich keine Dias. Ich bin auf 22. Mist. Ja, jetzt ernsthaft, dann bist du ziemlich dumm, wenn du das zu mir meinst. Höhle. Höhle. Greggstone. Höhle. So wie es aussieht ohne Dias. бі-bі-bі-bі-bі-bі-bі-bі-bі-bі-bі-bі-bі-bі-bі-bі-bі-bі-bі-bі-bі-bі-bі-bі-bіj. Schwert und Spitzsacke und Verzaubertisch. Jetzt ernsthaft. Ich hab noch kein Gold gefunden. In deinem gesamten Strip-Mining-Scheiß. Bis jetzt, ja. Und jetzt bin ich in der Höhle, wo auch direkt Gold ist. Cool. Das ist echt cool. Das ist ein Luxus, ist das. Ich glaub, so ist cool. Oder auch nicht. Tobi, du sollst keine Lügen erzählen. Ja, genau, er soll nicht sagen, dass du cool bist. Ja, genau, deswegen hab ich ja gesagt, nee, ist das doch nicht. Ja, eben, das war ja meine Absicht, so alt. Selbstig. Ach so, haha, lustig. Machen wir nicht mit Tintenfischen jetzt irgendwie diesen komischen Trank? Also mit Tintensäcken oder wo? Nein, mit Hasenlöffeln. Oder welchen meinst du? Ja, Dias, danke, einfach am Boden. Danke, danke, danke. Nee, den mein ich doch nicht. Ich mein... 3, 4, 5, 6... Jawohl, ich bin fertig. Ich bin fertig mit Split, mein ich hab mein Tagesziel erreicht. Ey, Torben, das ist echt unlustig, was du da dir zusammenfindest. So. Tagesziel erreicht, volle Diarrüstung, Enchantment Table, Hexe im Gang und joa, so lässt sich's leben, ne? Na, womit hörst du mich ab? Oh, mit dem Vergiftungszong. Oh, oh, jetzt bist du tot und ich hab mir krank der Heilung. Wo würde der Torben sterben? Hä, ich hab alle Sachen in der Kiste und, äh, die Kiste ist an meinem Bett. Also, kann ich ruhig sterben, ja. Und wo ist dein Bett? Direkt neben mir. Also... Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, Torben. Ich bin grad an der Kiste und hab 35 Dias. So. Ja, was machen wir jetzt? Das ist ne gute Frage, Leute, weil, mein, die Season ist eigentlich für mich zu Ende jetzt. Ziel erreicht. Ja, ohne Spaß, jetzt muss ich hoch mir ein Haus bauen, dann bin ich glücklich. All klar, machen wir uns auf den Weg. Die Frage ist... Einmal mehr wir das haben als Tobi. Hä, hab ich immer. Die Frage ist, wie krieg ich die ganzen schönen Sachen jetzt mit? Es tut mir leid, wenn ich mich von euch trennen muss. Aber es ist... Ja, die lasse ich hier, genau. Ja, stimmt, die lasse ich hier. Das macht Sinn. Ach, ich kann hier doch zusammencraften zu Blöcken. Danke, Tobi, dass du mich einmal... Na? Ja, Cola hab ich auch schon zusammen. Das geht hoffentlich noch, ne? Dass man die hinterher wieder rückgängig machen kann. Nein, nein, das geht wirklich nicht mehr. Ah, okay, schade. Ähm, Tobi? Jo, der Flo hat's ausprobiert. Das macht keinen Sinn, weil ich brauche immer noch Dia. Ich hab keine Gratitate. Ähm, egal. Das mach ich halt mit Redstone und so. Naja, damit würde ich so... Ja, Dia... Wie viel Redstone hast du? Ja, ich hätte... Ich hatte vier Dia-Blöcke oder so. Ja, Dia's macht keinen Sinn. Ja, hatte ich auch nicht. Weil da locker noch... Weil wenn du mehr als einen Stack hast... Ach ja, das stimmt. Ich hab nicht nachgedacht. Sorry. Na komm, gib mir hier noch... Ey, wieso find ich denn hier keine Dia's? Weil das Glück nicht auf deiner Seite ist. Ja, oder in meinem Gang. Ja, ich hab gerade mit einem neuen Gang angefangen, glaub ich direkt Dia's gefunden. Das zweimal. Ja, mach ich jetzt auch. Ich glaub, ich guck mir mal gleich an, wie der Flo hier Dia's... Wie der Flo's Trip meint. Einfach ein zweimal Zweigang. Ist das jetzt dein Ernst? Äh, ja. Alter, zwei Reds... Alter, weißt du, ich hab 63 Redstone-Blöcke und zwei Redstone. Nein, komm Flo, du lügst. Nein. Wenn das dein Ernst ist, dann geh lieber wieder hoch und hör auf, Strip. Und hör auf mit Minecraft spielen. Ja. Jo, mach ich. Nein, ist wirklich so, Flo. Du weißt echt nicht, wie man vernünftig Strip meint. Ja, wie machst du das denn? Ja, richtig. Ja, wie denn? Tom, möchtest du's ihm sagen? Wie viel... Äh, wie viel Verzauberungsdinger braucht man hinterher ungefähr? Was? Wie viel Verzauberungsdinger? Ach, da brauch ich doch gar nicht zusammen zu craften. Ähm, Lapis. Lapis. Oh, Zombie. Nicht viel. Du brauchst drei für die höchste Stufe. Lol. Ja, dann bin ich, äh, the rich man an Lapis ever. Also, für mich reicht es. Meinte ich damit. Das Gold brauch ich nicht. Hab ich nur eins. Zuckerrohr. Trank der Heilung. Ne, brauch ich erstmal nicht mitzunehmen. Ist erstmal nicht so wichtig. Was denn? Trank der Heilung? Ja. Ja, aber ich krieg alles mit. Boah, Gott sei Dank bin ich auf diese scheißgeile Idee gekommen, ey. Auf welche? Zusammen zu craften. Bett muss ich noch mitnehmen. Oh, ich hab noch zwei Minuten, um schnell zu meinem Berg zurück zu gehen. Alter, jetzt ernsthaft? Also, in der nächsten Folge... Scheiße auf 16 Eisen, come on. ...sie sehen sie, wie Torben zurück zu seinem Berg kommt. Äh, zu meinem Berg kommt. Beziehungsweise in die Gegend. Und jetzt sehen sie, wie Torben sich hochbaut. Cool. Alter, Torben, die Zombies machen gar keinen Schaden. Hä, ja, aber dann zieh mal deine Schuhe aus, bitte. Geht grad ganz schlecht. Ich hab... Ja, oder es waren eben mehrere Zombies, das hab ich nicht genau gesehen. Oh, oder es war vielleicht einer mit dem Eisenschwert. Dann natürlich Damage. Dann natürlich Damage. Dann natürlich Damage. Ja, dann Damage. Der macht dann natürlich Damage, hab ich aber gesagt. Nein, dann hast du das dann verschluckt. Oh ja, grüne Scheine. Boah, damit kann ich jetzt wohl viel anfangen. Oh, Smaragd gefunden, herzlichen Glückwunsch. Ich hab einen Smaragd gefunden. Fuck you. Mit einem Smaragd. Leute, Herzinfarkt-Moment gerade. Kies ist auf mich gefallen und zwar ein bisschen. Alle Dias wären weg, ey. Ohne Spaß, ich wär so ausgerastet. Dann wär wirklich alles weg. Ja, klar. Ich weiß. Das wär direkt verschwunden. Ohne Spaß. Der wär nicht verschwunden, das wird da irgendwo. Nein, das wär verschwunden. Das wär doch nicht mehr. Genau wie wenn's ein Kaktus fällt. Es wär weg. Alter, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich gerade ausgerastet wär. Dann hätt ich die Season noch mal von vorne anfangen müssen. Hey, ich hab noch ein Smaragd gefunden. Da hätt ich die Season noch mal von vorne anfangen müssen. Weil wir dann weiter sind als du, oder was? Äh, weil ich dann nichts mehr hab. Ach so, ich dachte, du bist dann eine neue Aufnahme. Neue Welt und so. Ne, eigentlich nicht. Nein, ich bin nicht doof. Oh, Oberfläche. Du bist so schön, so hell. Höh, Creeper. Äh, naja, nicht wirklich. Ja, ist ja auch nicht. Der Creeper dance richtig ab. Boom, 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 boom. Oh, zwei Minuten sind um. Okay, wo ist das zu Hause? Nein, ich hab noch 18 Sekunden. Wo ist das zu Hause? Koordinaten bitte. Nein, stopp, bevor ich ausmache, baue ich mir noch. Ey, Torben, du hast doch noch deine Drücke gefunden. Was hab ich noch nicht? Ah, nichts. 5, 4, 3, 2. Also, das kannst du ja die Koordinaten ja schon mal aufschreiben. Minus 500, minus 150. Ne, schreib ich mir jetzt nicht auf. Mal beim nächsten Mal. Na gut. Okay. Okay. Okay, Lui, dann sehen wir uns bei der nächsten Station. Ja, warte. Und tschüss. Kann ich das? Danke. So. Seid ihr noch da? Ja. Okay, gut. Aber jetzt sagen wir... Ja, okay, dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschau. Tschau.